Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem designlastigeren Tutorial heute, denn es geht um die neuen KI-Funktionen von Photoshop. Wir haben uns ja schon mit Journey, wir haben uns schon Stable Diffusion und alles angeguckt. Heute soll es um Photoshop gehen und die versprechen etwas ganz Wildes. Und zwar, dass ihr mit der Photoshop Beta, die ihr übrigens einfach über Applikationen, Beta-Applikationen installieren, hier bekommt, bekommt, dass ihr da generieren könnt, wie zum Beispiel mit Journey, aber in einzelnen Bildern und dadurch eben auch Teile von Bildern verändern könnt. Und da gibt es ein paar beeindruckende Demos und ich habe mir jetzt heute zur Aufgabe genommen, euch mal so zu zeigen, wie gut das Ganze ist. Ein Clou an der Sache ist allerdings, Photoshop bzw. Adobe hat ihren Bildgenerator oder ihren KI-Generator nur mit Software trainiert, bzw. Bildern trainiert, die man auch in der Praxis benutzen darf, kommerziell benutzen darf vor allem. Das heißt, das ist wahrscheinlich für viele Firmen so der Anlass, dass sie zum Beispiel mit Journey nicht mehr vertrauen müssen, dass die auch wirklich rechtlich in Ordnung sind, sondern sie können einfach Photoshop benutzen, weil die sind rechtlich in Ordnung. Zumindest sagen sie das, dann ansonsten kriegen sie eine Klage. Cool. Ja, wir haben das installiert. Wir gehen hier einfach mal in die Beta rein und wir können jetzt hier einfach mal ein Bild von uns reinziehen. Ich habe hier zwei Bilder für uns heute mitgebracht. Einmal eins von mir aus Japan, dann sehe ich hier ein echtes Bild. Und einmal ein KI-generiertes Bild, das ich sehr, sehr schön finde, tatsächlich, aber das man natürlich auch noch verändern kann. Gut. Wir ziehen das mal hier rein und wir sehen sofort, ach, da hat er wieder seinen komischen Selfie-Arm ausgestreckt. Ich mache hier einfach mal Motiv auswählen. Und jetzt kriegen wir hier oben schon dieses generative Füllung angezeigt. Da könnten wir jetzt einfach was eingeben. Dann werde aber ich komplett ersetzt. Das war nicht der Plan. Was ich jetzt eher machen möchte, ist, ich möchte vielleicht einen kleinen Teil abschneiden. Und zwar so ungefähr. Das war zu wenig. Eher vielleicht in die Richtung. So. Ähm. Genau. Und jetzt klicken wir hier einfach auf generative Füllung und gehen direkt auf generieren. Weil, wenn ich was eingebe, wird das natürlich da eingefügt, sozusagen, oder gebaut und dann eingefügt. Und wenn ich einfach nur auf generieren klicke, dann nimmt es einfach den Hintergrund und baut dann was da draus. So. Die, die jetzt mit Photoshop ein bisschen warm geworden sind, schon, also schon früher vielleicht, wissen, dass man mit Ebenen arbeitet. Die Ebenen kann ich jetzt ineinander überblenden, ich kann verschiedene Effekte drauflegen und vor allem, ich kann sie halt einfach benutzen. Ja, das hat nicht gut funktioniert, Kollege. Okay. Ähm. Machen wir das nochmal weg. Also ihr seht, ich will das heute mit euch gemeinsam so ein bisschen ausprobieren. Ich kann immer noch nicht so richtig gut aufnehmen. Deswegen, also mein Ohr, ich bin immer noch komplett rechtstaub und ich höre mich selber, als würde ich mit einem Megafron dahin stehen und alles reinschreien. Aber deswegen wird es heute ein bisschen, äh, schmalspuriger, sag ich mal. Dann kann ich mich nachher nämlich wieder ins Bett legen. So. Ähm. Wir haben hier generative Füllung. Wir haben jetzt auch noch ein bisschen vom Hintergrund aufgenommen und ich klicke jetzt nochmal auf generieren. Ihr seht schon, das ist nicht so perfekt, wie man sich das vielleicht erhoffen würde. Es ist alles eine Beta, deswegen ist es auch die Photoshop Beta, ja. Ähm. Wir erwarten jetzt hier nicht irgendwie Hexenwerke oder sowas, aber ich erwarte zumindest, dass da kein Arm am Ende ist. Vielleicht mache ich einfach gleich einen River draus. Im Übrigen kriege ich hier oben auch immer drei Varianten. Ähm. Wie das Ganze auszusehen hat. Die hier sieht ein bisschen seltsam aus. Die hier ist noch quasi genau gleich und die hier ist irgendwie auch seltsam. Also, es bringt nicht so viel, das glaube ich so zu machen. Ich würde das jetzt tatsächlich mal mit River probieren. Na komm. So. River. Äh. Maybe, maybe not. Nicht das Erste. Das ist ein... Okay. Okay. Ja, das funktioniert nicht gut. Also, das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert. Ähm. Wir machen jetzt hier einmal kurz... Wir machen nicht Hintergrund entfernen. Ich mag den Hintergrund. Deswegen ist das Foto überhaupt entstanden. Ähm. Wir machen jetzt hier mal was und sagen hier, wir wollen hier ein... Ein... Ähm. Ein Reh rein spawnen. Deer. Generate. So. Und da sehen wir schon die Schwächen dieses Bildgenerators. Ähm. Soll ich ranzoomen und es euch zeigen? Ja. Na. Na ja. Ich bin nicht so überzeugt davon. Wie... Ich hol jetzt mal noch ein anderes Bild raus. So. Und ich glaub, das ist auch kein einfacher Job, was wir hier jetzt vorhaben mit diesem Bildgenerator. Das ist übrigens ein Tempel. Das ist wahrscheinlich der dekadenteste Tempel, den ich je gesehen hab. Und er ist sehr, sehr schön. Ähm. Aber darum geht's hier nicht. Sondern es geht darum, dass hier ein widerliches Gerüst ist. So. Bläh. So. Und ein Schild. Bläh. Was machen wir damit? Naja. Wir machen's weg. Ähm. Und das wählen wir hier einmal so aus. So. Okay. Ähm. Wenn ich jetzt auf generative Füllung klicke, sollte im Grunde genommen hier gefüllt werden mit dem, was außenrum ist. Richtig? Probieren wir. Wir machen einfach mal nichts rein und schauen uns an, was dabei rauskommt. Ich erwarte jetzt hier eigentlich, dass da Steine aufgefüllt werden. Und alter, hat das gut funktioniert. Holy shit. Okay. Das ist richtig gut. Das heißt, ich glaube, hier hat's einfach nicht erkannt, was das überhaupt für eine Perspektive sein soll. Vielleicht bin ich auch einfach scheiß im Fotoschießen. Aber das hier hat richtig gut funktioniert. Look at that. Ich seh nicht mal mehr, wo das war. Doch, okay. Man kann's erkennen. Die Steine sind ein bisschen matschiger. Ja. Man kann's erkennen, wenn man's weiß. Aber es ist richtig gut. Finde ich super. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir das mit dem Poller hier auch noch hinkriegen, mit diesem kleinen Ding. So. Wir nehmen ein bisschen mehr einfach außenrum. So. Plopp. Machen hier einfach mal generative Füllung. Mit nichts. So. Und da sehen wir, das hat auch ziemlich gut funktioniert. Sieht nicht schlecht aus. Allerdings ist der Hintergrund hier deutlich besser. Ich würde jetzt allerdings tatsächlich mal euch zeigen, was ich damit meinte vorhin, dass das richtig, richtig geil wird, in Photoshop das Ganze zu haben. Weil jetzt habe ich hier nämlich separate Ebenen dafür. Das heißt, ich kann hier einfach hergehen, kann hier das Ding markieren. So. Ungefähr. Muss ja nicht genau sein. Und kann das hier mal so machen. Und jetzt machen wir hier einfach ein, einmal die Auswahl invertieren, beziehungsweise umkehren. Und dann gehen wir hier oben rauf und machen hier einfach mal so ein, beim Malen war ich hier auf der Ebene rum. Und zwar mit schwarz, dass man das auch nicht sehen kann hier. So. So. Ich bin dumm. Ich habe, ich wollte den Pinsel haben und habe den auszusehen nicht genommen. So. Okay. Wir nehmen das jetzt hier mal so mit und zeichnen hier mal so nach. So. Und jetzt seht ihr, was ich meine. Ich habe hier nämlich jetzt ein bisschen härteren Übergang zwar, aber ich konnte hier diese Steinlaterne mitnehmen. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel noch die einzelnen Bereiche verschmieren. Vielleicht hier nochmal kurz ein bisschen drüber gehen. die vielleicht sogar zusammen merchen. So. Einmal hier kurz nach unten vereinen. Genau. Reduzieren. Und reduzieren. Jetzt kann ich hier vielleicht nochmal mit dem generativen Inhalt hier so ein bisschen nachhelfen. Das sieht schon mal ein bisschen besser aus. Also ihr müsst überlegen. Der linke Teil war das Originalbild. So. Und da sehe ich jetzt tatsächlich keinen Poller mehr. Und mal weg hier. So. Das finde ich ehrlich gesagt ganz gut. Da sieht man noch was. Da müsste man jetzt nochmal drüber gehen. Das haben wir aber auch noch nicht gemacht. Und da unten könnte man auch nochmal drüber gehen. Also ihr versteht, was ich meine. Man kann einfach mehrfach drüber gehen. Ich habe Ebenen. Ich kann die Ebenen neu miteinander verbinden und die Übergänge quasi sanfter machen. Beziehungsweise weniger KI rein tunen und das Ganze so nach und nach schrittweise verbessern. Ist natürlich sehr viel mehr Aufwand, als wenn ich einfach hergehe und sage, hey, ich will ein KI generiertes Bild fertig haben. Bitteschön. Aber das ist das, was ich auch immer wieder sage. KI ist nicht das Allheilmittel, sondern es ist im Endeffekt immer nur das, was wir draus machen. Wir als Menschen sind diejenigen, die die ganzen Tools noch verbinden müssen. Wer weiß, wie lange noch. Aber das auf jeden Fall hier. So, das will ich jetzt gerade mal ganz kurz nicht rausschneiden. Hier an der Stelle hängt das Tool jetzt gerade schon seit locker 20, 30 Sekunden. Also es dauert wirklich sehr, sehr lang an manchen Stellen. Und ich weiß nicht, ob das hier überhaupt noch funktioniert. Also es ist eine Beta. Seid euch das bewusst. Und wie gesagt, das hier ist eher so ein, wir testen das mal zusammen. Aber ich glaube, das hier wird nicht mehr funktionieren. Wir gehen hier nochmal auf Generieren und machen das nochmal neu, weil hier vorne hat es echt schnell funktioniert. Ich will euch da jetzt mal mehr oder weniger einen Uncut-Blick drauf geben. Das ist weniger ein Tutorial als ein Test mit euch sozusagen. Und schreibt mir auch gerne, ob das für euch auch mal ein interessantes Video ist. So, da sind wir. Steine. Perfekt. Ja, die sehen schön aus. Vielen Dank. Ich muss tatsächlich sagen, was ich euch noch nicht gezeigt habe. Hier drüben haben wir ja mehrere Varianten. Hier haben wir einmal Variante Stein. Das sind weniger Steine. Das sind mehr Steine. Und das hier sind andere Steine. Ich finde die hier jetzt gerade ein bisschen schöner, muss ich sagen. Dementsprechend würde ich jetzt mal bei Variante 2 bleiben. Und ja, jetzt können wir hier... Also, das ist jetzt erstmal das. Wir bauen uns Dinge rein, die davor nicht da waren. Beziehungsweise, wir füllen einfach auf. Und wir kriegen jedes Mal eine Ebene dazu. Ich finde es sehr, sehr cool, muss ich sagen. Allerdings, was ich euch noch nicht gezeigt habe, ist, wenn es neue Sachen generiert. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, ob das jetzt besser funktioniert. Also, ganz kurz Trivia. In Japan gibt es Affen. Wilde Affen, die wir auch tatsächlich sehen konnten, die teilweise ein bisschen angsteinflößend waren. Snow Monkey heißen die. Das sind Schneeaffen. Das sind die am weitesten nördlich lebenden Affen. Und die können auch hier in diesem Tempel mal rumrennen, wenn nicht so viele Menschen da rumrennen würden. Wobei, vielleicht kommen sie gerade deswegen. Naja, auf jeden Fall bauen wir uns jetzt hier einen Snow Monkey rein. Fertig. Ja, und das meine ich. Also, die sind... Jetzt nicht gerade High Quality, die Dinger. Das ist mir auch schon ein paar Mal aufgefallen. Die Sachen, die hier generiert werden, sind jetzt nicht so super High Quality. Selbst wenn wir uns die Variationen angucken. Die sind aber irgendwie so ein bisschen schwierig, was Fell oder sowas angeht. Ich bin kein großer Fan davon, muss ich leider zugeben. Was ich eher Fan von bin, ist, dass man hier einfach sagt, hey, wir haben ein anderes Bild. Wir packen das hier rein. Und jetzt steht da halt einfach ein Mickey Mouse mit etwas. So, wir switchen jetzt hier einmal kurz um, machen den hier runter. Und wählen hier mal den Hintergrund entfernen aus. Das ist quasi so, mach mal Hintergrund bitte weg. So, und jetzt haben wir hier eigentlich einen relativ guten Mickey Mouse, der hier allerdings noch irgendwas hat. Das brauchen wir nicht. Das können wir einfach aber auch entfernen. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt mit KI rausrennen. Ups, das wollte ich eigentlich schwarz haben. So. Weg damit. So. Okay. Dafür sind hier die Schuhe. Da müsste man alles so ein bisschen von Hand machen. Also es ist auf jeden Fall noch nicht 100%. So. Ups. Das war das Falsche. So. So, ganz grob, ne? Ihr versteht, was ich meine. Okay. Und was wir jetzt machen wollen, ist hier, ich würde ganz gerne was probieren. Und zwar, dass die Beleuchtung angepasst wird. Adapt Lighting. So. Jetzt bin ich sehr gespannt. Weil das ist ein Riesenproblem. Weil so blau-lila Lighting sieht zwar schön aus, passt aber überhaupt nicht ins Setting rein. Und ich will wissen, ob das jetzt funktioniert hier. Ich habe das tatsächlich noch nicht getestet. Okay. Ja, das war, das war, okay, gut. Ne. Das war tatsächlich sogar lustig. Cool. Das war nicht beabsichtigt. Gut. Den Effekt müsste man dann also in Mid-Journey selber machen. Das wird hier noch nicht funktionieren. Aber wahrscheinlich wird das früher oder später auch kommen. Leider halt natürlich, wie gesagt, wenn wir jetzt das in Mid-Journey machen und nicht in Photoshop, dann haben wir gleich wieder ein Problem. Und zum Vergleich, das ist das Mickey-Maus-Bild, das mir Photoshop baut, wenn ich ungefähr dasselbe rausproduziere. Was ich bei Mid-Journey eingebe. Also, na. Ich weiß jetzt nicht, welches davon besser ist. Aber ich glaube, ich bleibe bei dem hier. Zumindest vorerst. Aber was man natürlich nicht vergessen darf. Photoshop hat das gerade erst veröffentlicht. Die sind jetzt aktuell, würde ich sagen, auf einem Status von Stable Diffusion. Von so vor einigen Monaten. Vielleicht auch ungefähr einem Jahr. Ich denke, dass wir in dem Jahr dann auch mit Photoshop richtig, richtig gute Sachen generieren können. Die dann auch kommerziell nutzbar sind. Und dann eben auch diese Informationen vom Hintergrund verwenden können. Aktuell kann ich allerdings nur sagen, super zum Kleinigkeiten wegretuschieren. Hier sowas zum Beispiel muss nicht sein. Oder solche kleinen Poller hier muss nicht sein. Aber wenn ihr wirklich Objekte einfügen wollt, dann baut die lieber in Mid-Journey und fügt sie danach ein. Oder wenn ihr wirklich kommerziell alles verwenden wollen müsst. Don't. Gut, das war es von meiner Seite. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.